So, es ist soweit. Also wie schon gesagt, Festplattenlager geht am besten. Also habe ich mir auch gleich ein zweites gebaut. Und das hier sind die Magnete. Die sind wie dafür gedacht, lassen sich einfach mit einer Schraube befestigen. Also die hauen garantiert nicht mehr ab. So, mal sehen. Na geht doch. 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 Na geht doch.